Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Lost in Random Let's Claves. Wir erinnern uns, das letzte Mal waren wir auf der Suche nach einem Geist. Und ja, diese Suche wird nun fortgeführt. Wir haben mit einem sehr interessanten Mann gesprochen, der uns erzählte, dass er eigentlich in dem Viererbezirk geboren wurde, allerdings mit zwölf Jahren erneut würfeln musste, da leider eine Eins gewürfelt hat und jetzt unten bei uns im Drecksloch leben muss. Ach ja, der Arme. Und ja, genau da starten wir jetzt weiter rein. Und dafür mache ich mich klein. So. Das ist der Fall. Gut. Mit diesem netten Herrn haben wir gesprochen. Ihr redet nur das Gleiche. Wir haben die Quest etwas weiter vorangetrieben. Suche in den Außenbezirken. Da, wo mir Astrid ausdrücklich gesagt hat, ich solle da nicht hin. Hier, das sieht ein bisschen aus wie eine Mülldeponie. Flatsch, flatsch, flatsch. Hm. Ah, das ist ja in Ordnung. Wir wollen ja auf Abenteuer gehen. Und irgendwann muss jeder mal sein Nest verlassen. Der Geist ist so süß. Er sieht ein bisschen so aus wie, ähm, meiner Skotchen tatsächlich. Aber nur ein bisschen. So. Oh, wow. Ist das ein riechiger Höf. Sieht ein bisschen so auf. Etwas für unruhigend. So, weiter. Ich höre etwas, als ob es lieb. Oh, oh. Hier irgendwie unser nächster Kampf. Das ist bestimmt keine schlechte Idee, da reinzugehen. Nein, nein, nein. Nagische Karten, von denen haben wir es schon mal gehört. Ich glaube, die werden in der Fünfer-Area gemalt. Das scheinen irgendwelche magischen kleinen Wesen zu sein. Geheimnisvolle Spielkarten sind grandios gemalt und schimmern bläulich, wenn man sie aus einem bestimmten Winkel betrachtet. Oh. Also, das bläulich schimmern weiß ich noch nicht, aber grandios gemalt auf jeden Fall. Seltsame Pump-Kreaturen auf zwei Beinen, die in einem Glas herumhüpfen. Okay, also es sieht irgendwie so aus, als ob man dort noch so eine Murmel oder so reindrücken könnte. Wofür sie auch immer gut sein werden. Dann werden wir ihn endlich einrollen. Lass doch nicht immer weg von mir. Der Haar. Oh. Ja, diesen Sock spüre ich auch. Diesem Impuls müssen wir auf jeden Fall nachgehen, falls ich den Weg finde. Aber wir können nicht ins Wasser gehen. Wir müssen irgendwie einen Weg drumherum finden. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, ich müsste von hier nach da springen. Das ist scheinbar nicht. Gehen wir mal da lang. Gehen wir da wieder hoch? Das ist generell ein Fehler, hier runterzugehen. Hm. Äh. Ja, Leute. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe wirklich einen absolut furchtbaren Orientierungssinn. Und ich weiß nie... Ach, da hinten. Wo ich hin muss. Aber das war hilfreich. Man muss sich manchmal nur richtig umgucken. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Und weh, du versuchst sie mir abzugreifen. Ja, aber ich weiß nicht viel darüber. Nein, 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 nein. Das will ich auszulösen. Nein, das kannst du vergessen. Das ist immer so... Ja, lass mich so ein bisschen gucken. Und dann schnappt er sich die und läuft weg. Hm, hm. Du darfst sie betrachten. Von da ganz hinten. Ja, ich halte sie hoch. Und wenn du nichts erkennen kannst, ist das dein Bild. Versuch dich selbst, Missy. I ain't gonna force you into doing anything you don't want to. Ah, but before you go, word of warning. Be careful out there, Missy. Tonight's the night, the junk collectors come. His boats are here. And the guards over there don't let nobody close. The harbors hiding secrets tonight, Missy. Okay. Hm, interessant. Also jetzt gibt er uns tatsächlich keine weiteren Informationen über die Karten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen zu missbrauch war, weil ich hätte schon mehr darüber erfahren, wann ich die zum Beispiel benutzen kann oder so. Aber ich finde, das ist besser, als sie jetzt sofort zu verlieren. Hm. Ich könnte ja eh nichts dagegen machen. Jetzt ist es zu spät. Also, was machen sie? Das war der erste, der die Königin, ähm... Also, nicht feierte oder generell so als gegeben ansah. Er ist der erste, der sie irgendwie beleidigte. Wow. Wenn sie tatsächlich ihre Ohren und so überall hat, ähm... Dann braucht man dafür schon Eier. Weil wenn sie das hört und ich dann irgendwie bestrafen will, ist das natürlich kacke. Gerade früher konnten ja Könige auch einfach so entscheiden, ähm... Ja, du passt mir nicht, warum auch immer. Und deswegen lasse ich dich jetzt köpfen. Und ja, da sollte man auf jeden Fall aufpassen. So wie ich jetzt aufpassen sollte. Ah ja, okay. Das Licht, das geht darüber. Jetzt können wir weiter. Hm. Schieben wir das ab. Da hinten leuchtet etwas so schön. Bin gespannt, was wir da bekommen. Let's go. Aus wie Karten. No, ich hab's weggemacht. What? Können wir das jetzt noch irgendwie... nachgucken? Toll. Oh, was ist das alles? Okay, ich glaub, das ist jetzt einfach nur der Anfang. Ähm... Interessant. Oh Mensch, das ärgert mich jetzt, dass ich das einfach weggeblickt habe. Aber man kann sich jetzt eh nicht ändern. Hm. Tja, wie komm ich da rüber? Muss ich das Ding nochmal abschießen? Ganz zufällig. Aber es geht nur... Ah, doch. Es kommt hierher. Okay, gut. Das war auf jeden Fall der richtige Call. Ich glaube, wenn du uns so ein Ding seht, dann müssen wir höchstwahrscheinlich wieder von vorne anfangen. Okay. Gut. Ist noch gut gegangen. Bin ich hier entlang? Da hinten ist nochmal etwas zum Abschießen. Was ich es auch immer mache. Okay, runter da. Da haben wir einen Weg geöffnet. Schnell, schnell, schnell. Jetzt muss es wieder hinunter. Hallo? Habe ich verfehlt? Sehr gut, sehr gut. Wir kommen voran. Das ist wieder. Aber ich glaube, die Beschreibung wird wahrscheinlich nicht noch einmal aufbauen. I don't know. Hopp. Hier an den Dichtern vorbei. Okay, das habe ich jetzt geschafft. Reise mit dem Boot davon. Aber ich hätte so gerne dieses Ding. Aber dafür hätte ich wohl runter müssen. Ach, ich muss mehr später. Ich kann wahrscheinlich nochmal in die Einsatzstadt zurück. Eventuell sogar mit besserem Gier oder mit Fähigkeiten oder so. Und dann krallen wir uns das. Äh, bin ich hier richtig? Bin ich jetzt irgendwie falsch gelaufen? Speichert? Speichert. Hm. Gut, die kann ich runter. Weg bewegt sich. Dieses Weg. Scheint starr zu sein. Geht das auch? Bewegen sich nur minimal. Hm. Vielleicht hier hoch? Jetzt kann ich nicht hoch. Hier? Oh. Oh, das ist keine gute Idee. Okay. Geht zu. Wir gehen einen anderen Weg. Hier kann ich auch nicht hoch. Okay, gibt es hier wieder was zum Abschießen. Ist das das Rezatzlösung? Hier hoch? Hier dran vorbei? Auch nicht? Ich würde so ungerne da durchlaufen einfach. Kann nicht richtig sein. Hm. 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 Ich scheine irgendwas zu übersehen, aber ich weiß nicht was. Hier. Ah. Hier geht's weiter. Oh. Okay. Ein kleiner Streit. Hm. Gehen wir genau? Ich glaube, die sollten uns im besten Fall auch nicht sehen. Gehen wir mal. Gehen wir mal. Wer bist du und warum versteckst du dich an Bord? Bitte lass mich rein. Ich muss mich verstecken. Lass mich rein. Bitte, bitte. Was? Ja, also es ist ja auch nicht verwerflich, wenn man in irgendeiner Dreckstadt lebt, dass man da unbedingt raus möchte, ein besseres Leben. Ähm. Ach, da kann man ja wohl niemandem einen Vorwurf machen. Äh. A-t-schlu-be-s-z-z-z-z-z-z-z-z-z? Was ist das? Aber es gibt keine anderen Fetzen. Bitte, Herr Hermann. Bitte Hermann. Meine Schwester steckt in Schwierigkeiten. Ich muss auf dieses Boot. Okay, das ist mir hin, oder? Also, netter Herr, erzähl mir doch ein bisschen mehr. Ich bin auch auf einer Mission. Meine Schwester wurde vor einem Jahr entführt und ich bin zufällig eine Expertin darin. nicht erwischt, zufällig eine Expertin zufällig eine Expertin zufällig eine Expertin zufällig. Hä? Also, ich darf auch nicht mal sprechen, dass wenn du mich ansprichst, oder was? Du hast zu Erd gesprochen. Ich wüsste gerne mehr über meinen neuen Komplizen. Machen wir lieber das, denn dieser Typ interessiert mich schon. Ja, schau. Ich erzähle dir was. Hör dich zwischen diesen Boxen und nicht zufällig. Oh, das ist so traurig. Er will so ähnlich das tun, was ich auch tue. Also, er wurde im Einser-District geboren. Sein Sohn hat mit zwölf Jahren wahrscheinlich nochmal die Würfel gerollt und ist dann als eine Fünf rausgekommen und jetzt vermisst er seinen Sohn natürlich schrecklich. Was man ihm nicht verübeln kann, der Ernst. Ich bin auf der Suche nach meiner Schwester Odd. Haben irgendwelche Geister dir den Weg gezeigt? Erzähl mir mehr über fünf Prokoles. Ich will mehr über die Stadt wissen. Der Rest ist so... Okay, also ich glaube, er hätte mir gar nichts erzählt. Scheißegal, was ich angeklickt hätte. Aber gut, machen wir weiter. Wir müssen uns zwischen den Kisten verstecken. Mindestens möchte er das so. Well, the moment she'd let herself think about it, even realized she was actually exhausted. Tonight alone, she'd seen a ghost run away from home and boarded a ship traveling somewhere deep into the unknown heart of random. Would she ever return? It didn't matter. Odd was the only thing that mattered. With her sister's name on her lips, even fell into a deep slumber. Es ist toll, solche Geschwister zu haben, die einem so viel bedeuten. Wo ist Dicey? Rufe ihn mit V zurück. Danke für den Spoiler. Also ich bekomme noch etwas wie ein Dicey. Oh, wir sind schon wieder im Traum. Die Tränen sind so voll. Warte doch mal eine Sekunde. Ich brauche halt ein Dicey und mein Gott. Oh. Sind das unsere Eltern? Nee, oder? Das ist ja alles komplett falsch. Was ist denn mit allen los? Es ist kein Zeitpunkt. Kein Zeitpunkt. Kein Zeitpunkt. Ein Wanner ist ein Wanner. Ein Wanner ist ein Wanner. Wenn du richtig bist, bist du richtig. Even. Komm, bleib mit uns. Willst du ein Tee? No, ich akzeptiere mein Schicksal nicht. Ich will keinen Tee. Wir müssen nach Ort ziehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Everything's better with tea. So die Engländer, oder? Es ist nicht sicher. Wir müssen gehen. Es ist eine gefährliche Welt. Ach ja. Immer diese Eltern, die so zu Helikopter-Eltern werden und versuchen, das Kind vor allem Bösen zu beschützen. Und das Einzige, was es bringt, ist, dass das Kind nur noch mehr ausbrechen will und nur noch mehr gefährliche Dinge wie Drogen und so austestet. Es ist eine ganz schlechte Herangehensweise, zumindest in den meisten Fällen. Naja, wir können das leider nicht. Wir können keinen Tessin Tee trinken und abwarten. Also es ist ja nur ein Traum. Und deswegen Träume, wo man träumt, dass man mit anderen Personen spricht, ist ja eigentlich nichts weiter als ein Selbstgespräch. Von daher weiß ich nicht, ob das wirklich so eine Art Ledger-Dialog ist, sage ich mal. Aber die scheinen zumindest auch große Stücke auf die Königin zu halten. Oh nein, da war ein Tee. Königin. Für königliche Versionen der Lakaien der Königin möchte ich ihren Fähigkeiten in einer schickten Artierung... Oh Mann! Pfe bak Holy shit. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh shit. Also ich glaube, sie ist jetzt bestenfalls in dieser Zweierstadt gelandet. Hier ganz viele Würfel. Ich glaube, sie hat einen Demos zu verraten. Ich glaube, sie hat einen Demos zu verraten. Oha. Wo sind wir? Ist alles so verworren und so random. Hier ein Würfelfriedhof. Oha. 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 Oh shit. Okay. Oha. 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 Let's go. Hilf mir. Hier und nun? Wir müssen da runter. Let's go. Wir helfen mir selbst. Oha. 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 Aber zusammen können wir jeder Gefeiber wenden. So cute. Okay. So cute. Oh, komm mit mir. Jetzt haben wir sogar ein kleines Pad. Oh, so süß. Das ist immer so nice, wenn Leute in Serien mit so Viechern sprechen, die sie eigentlich gar nicht verstehen dürfen und trotzdem so tun, als könnten sie. Okay, weiter geht's. Wann bekomme ich denn endlich ein Schwert? Ja, das bringt gar nichts. Oder doch? Ein Topf. Oder auch nicht. Ah! Wir füllen jetzt den Würfel auf. Hier haben wir. Wir haben eine Karte. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade tue. Also ich habe Q gedrückt und scheinbar war das richtig. Wenn du Dicey wirfst, erhältst du Kartentoken, die der Augenanzahl entsprechen. Das Ergebnis wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Okay. Verwende Kartentoken, um deine Karten zu aktivieren. Verlasse die Würfel-Dimension, in denen du etwas angreifst oder Q drückst. Warte, 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 warte. Also ich drücke 1 und 3. Es passiert nichts. Ich drücke E und nochmal E. Und jetzt habe ich ein Schwert. Du kannst das machen. Yes. Stirb. Oh no. Okay, da unten, das ist meine Lebensanzeige. Und mit, äh, Space kann ich ausweichen. Wir müssen noch ein bisschen Energie auffüllen, damit wir nochmal würfeln können, was ja nicht gefährlich ist. Oh. Ich kann gar nicht lesen, was er da unten sagt. Oh. Um. Warte. E, E. Heffin doch. Ah. Okay. Bam, bam. Ich habe das Gefühl, ich stelle mich hier nicht allzu gut an. Lol. Aber es ist gut genug, es heißt. Um sie zu bezwingen. Bombe. Ich schwöre eine Bombe. Schieße auf sie oder schlage sie, um sie zu aktivieren. Gehe entdecken. Dicey. Dicey. Schön, dass wir da gespoilert wurden. Aber da kannte ich zumindest mal schon den Namen. Hier ist ein Speicherpunkt. Ich sehe, ich nehme schon über eine halbe Stunde auf, aber ich weiß nicht, wo der perfekte Augenblick wäre, ähm, auszumachen. Komm. Hier? Hier ist wir. Das geht irgendwie nicht. Hallo? 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 Der Geist von Einsfelden verwandelt die Schleuder in einen Bogen und zehn Pfeile. Ja, ich will das machen, aber es passiert nichts. Okay, machen wir das. Das können wir scheinbar auswählen. Machen wir das auch. Jetzt würfeln wir nochmal. Ich habe das Gefühl, ich spiele das irgendwie falsch. Und ich würfel ständig nur eine Eins, aber hier, das ist nur Zweierkarte und deswegen, ähm, kann ich das nicht spielen. Oh je, ich bin gestresst. Okay. Ich würfel immer nur eine Eins. Ja, toll. Toll daneben. Nochmal. Okay. Machen wir die platt mit unserem Schwert. Was bislang das Beste ist, was wir haben können. So, wenn Iven kurz davor ist, getroffen zu werden, drücke Space, um ein Blitzel-Ausweich-Manöver auszuführen. Ja, das weiß ich schon. Ich bin leider nur ein bisschen zu unfähig, um es zu tun. So, dann gucken wir mal nochmal. Das ist immer die Eins. Oh Gott. Ich will die so langsam mal alle töten. Ich will die so langsam mal alle töten. Oh Gott. Okay. Okay. Hat es gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Denn ansonsten würde ich jetzt ausmachen. Jetzt hat es gespeichert. Okay, Leute. Das reicht dann vorerst. So. Oh. Bin ich groß genug? Jetzt. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen bei der zweiten Folge von Lost and Random. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ja, also das Ding ist immer, wenn ich so Sachen zum ersten Mal spiele, bin ich super verpeilt. Und ja, jetzt wo ich dann gleich das Video dazu schneide. Werde ich mal gucken, welche Dinge mir alle so entgangen sind. Und werde sie dann eventuell das nächste Mal ansprechen, wenn ich eine neue Folge aufnehme. Aber bis dahin wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, Leute. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020